Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Web-Talk zum Thema OER finden und erstellen für Lehrerinnen und Lehrer. Mein Name ist Christina König. Ich darf euch heute durch diesen Input führen und auch nachher Fragen beantworten. Und der Web-Talk gehört zur OER Camp-Reihe der Web-Talks zu allen möglichen Themen, die ihr auf der Seite findet. Wie gesagt, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema OER finden und erstellen. Jeder, der sich schon mal mit frei verfügbaren Bildungsmedien beschäftigt hat, hat sich sicherlich schon mal gefragt, das ist ja alles schön und gut mit der freien Verfügbarkeit, aber wo finde ich die Dinger denn eigentlich? Und vor allem, wenn man als Lehrkraft in einer Schule tätig ist, stellt sich diese Frage immer wieder, aber nicht nur. Wir haben im Moment ja eine sehr schwierige Situation durch Corona. Ich habe selbst zwei Kinder im Grundschulalter und bin schon mehrfach in die Verlegenheit gekommen, nicht nur zur Ergänzung des Unterrichtsstoffs selbst Materialien finden zu müssen. Deswegen auch ganz explizit, der Talk heute richtet sich nicht nur an Lehrkräfte, wenn auch in erster Linie, sondern auch ganz stark an Eltern, an Mütter, Väter oder auch an alle anderen Erziehungsberechtigten oder sogar auch an Schülerinnen und Schüler selbst, die sich mal auf die Suche nach OER machen möchten. Mein Web-Talk wird heute also eine kleine Reise durch eine Auswahl von Portalen sein, die sich mit diesem Thema befassen. Die Betonung liegt natürlich auf kleiner Reise. In der Kürze der Zeit kann ich euch keinen großen Überblick bieten, aber eine Aneinanderreihung von Fundgruben, die euch die Arbeit erleichtern sollen und die euch auch vielleicht den Einstieg in die Thematik erleichtern sollen und natürlich einladen, da weiter zu machen. Und jetzt gebe ich meinen Bildschirm frei, um mit euch meine Präsentation zu teilen. So, ich hoffe, ihr könnt es alle sehen. Diese Präsentation mit sämtlichen Links wird später selbstverständlich auch verfügbar sein. Ihr müsst euch das jetzt nicht merken, aber könnt natürlich auch gerne jetzt schon mal mitgehen in der Präsentation. Also, wie gesagt, Thema heute Fundgruben für OER im Internet, Teil 1. Wir beschäftigen uns heute mit Überblicksportalen. Im Teil 2 werde ich mich mit Fachportalen beschäftigen, um die Frage nach spezielleren Wünschen zu bedienen. Also, wo finde ich Materialien für Geschichtsunterricht, wo für Naturwissenschaften und so weiter. Aber heute wollen wir erst mal einsteigen ins Thema. Das erste Portal, das ich euch präsentieren möchte, ist die Informationsstelle OER. Ich war eben selbst auch als Transferpartnerin bei OER-Info beschäftigt. Leider ist das Projekt Ende Oktober ausgelaufen. Im Moment gibt es das noch. Wir sind sehr zuverlässig, dass es weitergeht. Aber die Informationsstelle OER ist eigentlich der erste Anlaufort, wenn es darum geht, sich zu der Thematik zu informieren. Deswegen zeige ich euch das Portal auch kurz. Ihr findet hier alle Informationen, die ihr rund um die Thematik benötigt. Und die allermeisten Infos sind auch selbst als OER lizenziert. Also, gewissermaßen ein Portal mit OER zu OER. Wie das jetzt funktioniert und wie das aufgebaut ist, zeige ich euch exemplarisch in einem meiner Dossiers, die ich mit aufgebaut habe. Und zwar gehen wir hierzu in den Reiter Was ist OER? Ja. Und ihr seht, hier öffnet sich ein Auswahlmenü, in dem ich mir überlegen kann, wo ich mich hinbewegen möchte. Entweder man möchte sich in ganz kurzer Zeit informieren, also in 90 Sekunden. Oder man bewegt sich zu einem der Bildungsbereiche Schule, Hochschule, Berufsbildung oder Erwachsenenbildung, Schrägstrich Weiterbildung. Da ich euch heute aber etwas zum Thema OER finden für die Schule erzählen möchte, zeige ich euch, was hier in diesem Dossier geboten ist. So, wir haben das also ausgewählt. Und hier seht ihr euch in dem Kapitel, wie und wo finde ich OER für den Unterricht in der Schule. Zu diversen Überblicksaspekten und weiterführenden Links findet ihr hier unter anderem ein schönes kleines Video von der Bundeszentrale für politische Bildung, wie man OER im Netz findet. Ich gehe aber hier weiter zu unserer Rubrik Suchdienste für den Einsatz von OER. Das ist das, was ihr vielleicht am ehesten braucht, wenn ihr neu in der Thematik seid, wenn ihr euch erst einen Überblick verschaffen möchtet. Und ihr seht hier eine Liste von Themen, die wir versammelt haben. Es geht von freilizenzierten Fotos und Abbildungen über die historisch-politische Bildung, Medienbildung, Mathematik etc. pp. bis auch zu unserem Thema, nämlich fächerübergreifende Datenbanken und Portale. Also hier in dieser Linkliste könnt ihr direkt dann auch die einzelnen Portale anwählen, die ich euch gleich im Detail dann noch präsentieren möchte und kurz zeigen, wie das funktioniert. Was ihr noch findet auf OER-Info sind natürlich sämtliche weitere Aspekte rund um die Arbeit mit und durch OER, also auch OER herstellen, mit OER lernen und lehren, forschen, managen und verbreiten. Also ihr habt hier wirklich umfangreiche Informationen, diese Inhalte zu konsumieren oder auch einfach weiter zu verbreiten. Die allermeisten Inhalte sind mit der Lizenz CC BY versehen. Das heißt, ihr könnt die also selber auch weiterverwenden, die Texte beispielsweise oder auch die Videos. Es gibt natürlich Abweichungen, aber in der Regel steht das unten dran auf der Seite. Ich zeige euch das noch ganz kurz, wie das aussieht, aber das dürfte eigentlich bekannt sein. Ihr seht also hier beispielsweise unten, dass dieser Text unter der CC BY 4.0 Lizenz lizenziert ist. Das gilt, wie gesagt, für viele Inhalte auf OER-Info und schaut euch gerne da mal um. Als nächstes Beispiel habe ich euch das Portal zum Unterrichten mitgebracht. Der eine oder die andere wird auch das aus der eigenen Arbeit kennen. Ich gehe auch hier auf den Link, um euer Portal zu zeigen. Was ist zum Unterrichten? Zum Unterrichten ist eine Plattform, die offen und nicht kommerziell agiert und ihr findet darauf Unterrichtsmaterialien und Unterrichtsideen. Das Besondere daran ist, dass alle Interessierten, also insbesondere Lehrkräfte aktiv zur Mitarbeit eingeladen sind. Ich zeige euch kurz, wie die zum sich selbst vorstellt. Alle Inhalte auf dieser Datenbank sind nämlich mit der Lizenz CC BY SA versehen und das heißt, dass die Materialien völlig problemlos kopiert, verwendet und angepasst werden können, sogar für kommerzielle Zwecke. Das ist sehr wichtig, zum Beispiel für Privatschulen, die ohne diesen Zusatz, dass auch eine kommerzielle Verwertung möglich sein könnte, häufig nicht nutzen können. Wie funktioniert die Zoom? Ihr seht, zum einen haben wir die Auswahl über ein Fächermenü, also von Chemie, Deutsch, Englisch etc. PP ist alles mit dabei oder man hat die Möglichkeit, direkt über die Rubriken Unterrichtsmaterialien und Ideen, interaktive Übungen oder Lernpfade einzusteigen. Selbstverständlich gibt es auch die Möglichkeit einer Stichwortsuche. Das funktioniert, wie es üblich ist, über einen Suchschlitz. Ich möchte euch aber mal zeigen, wie die Materialsammlungen hier angelegt sind. Vorhin kam der Wunsch nach, auch glaube ich, Mathematik in den OER-Sammlungen. Einfach mal ein kleiner Blick, wie das systematisiert ist. Wir haben hier eine Highlights-Rubrik mit Lernpfaden oder auch ganz klassischen Materialien, wie diese Mathe-Arbeitshefte mit der Mieze Mia. Das sind dann PDF-Downloads. Ich kann also auf diesen Link klicken und mir ganz problemlos dieses PDF herunterladen und habe es dann lokal auf meinem Laptop oder meinem Endgerät liegen und kann damit verfahren, wie ich möchte. Ich kann es vervielfältigen. Viele Dokumente gibt es auch als Word-Dokument. Das erlaubt eine problemlose Abänderung der Materialien, ganz nach dem, wie man das alles benötigt. Hier unten habt ihr noch die Autoren, denn die ZUM ist ein ehrenamtliches Projekt. ZUM ist gewissermaßen das Urgestein der Datenbanken. Die gibt es schon ganz lange und sie wächst stetig und verändert sich auch stetig. Und jeder, der Materialien zu einem bestimmten Unterrichtsfach oder zu einer bestimmten Thematik sucht, ist hier gut aufgehoben. Als nächstes habe ich euch mitgebracht das Portal OER.Schule. Auch hier gehe ich mal drauf. OER.Schule wird vom FÜU angeboten. Das ist das Medieninstitut der Länder, bei dem ich auch beschäftigt bin und hat sich ebenso ähnlich wie die ZUM zum Ziel gesetzt, freie Materialien für den Unterricht bereitzustellen. Auch hier ein kurzer Blick in die Funktionsweise des Portals. Jedes Portal hat ja so seine Eigenheiten. Ihr seht, auch hier ist es möglich, nach einem bestimmten Schlagwort zu recherchieren oder wir bewegen uns ein Stück nach unten auf der Seite und bekommen verschiedene Angebote. Zum einen kann ich mich mit den wichtigsten Informationen zu OER in dreimal drei Minuten informieren. Das sind sehr hübsche Filme, kleine animierte Filme zu verschiedenen OER-Themen, die im Rahmen des Projekts Learn entstanden sind. Ein Projekt aus der Lehrerfortbildung zum Thema OER. Das wird auch ein Thema eines zukünftigen Talks sein. Die sind also hier verfügbar. Oder man geht weiter und sieht Beiträge, Materialien und Sammlungen. Nur ein kleiner Klick und ein Blick in die Sammlungen, um euch das zu zeigen, wie das aussieht. Das dauert jetzt einen kleinen Moment, bis es sich aufgebaut hat. Und dann sind wir hier zum Beispiel in der Rubrik der Teach-Share-Kurse. Hier finden wir eine große Reihe von Moodle-Kursen, die unter anderem im Rahmen des Projekts Learn erstellt wurden. Ich zeige euch einen davon. Wir gehen passend zu unserem Thema heute in die Rubrik Was sind OER und wie findet man sie? Die wird weitergeleitet zu einer Detailansicht und ich gehe gleich auf das Material selbst. Ihr seht, wir befinden uns jetzt also nicht mehr auf oer.schule, sondern auf den Seiten der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung in Dillingen. Und hier seht ihr einen dieser Kurse, der frei zugänglich ist und verschiedene Features bietet. Also eine Einführung, ein interaktives Lernvideo, Informationen zum Thema Was sind OER und so weiter und so fort. Auch das ist natürlich alles offen lizenziert. Ihr könnt es jederzeit weiterverwenden, ganz nach Lust und Laune, entsprechend der Lizenzbedingungen. Als nächstes Beispiel habe ich euch mitgebracht, das Portal Wir Lernen Online. Das kennt mit Sicherheit der ein oder die andere von euch bereits. Wir Lernen Online bietet freie Bildung zum Mitmachen. Und zwar sind auf dieser Plattform Inhalte, Methoden und Tools für den Unterricht zu recherchieren. Das funktioniert auch auf verschiedene Arten und Weisen. Zum einen haben wir hier den altbekannten Suchschlitz. Zum anderen kann man über die Rubrik Fachportale gehen, nach Schulstufen recherchieren oder einfach gleich in die Suche einstarten. Ich mache das jetzt mal hier gestweise für euch. Wenn ich also keinen Fachbegriff eingebe, sondern gleich auf die Suche klicke, bekomme ich alles angeboten, was das Portal so zu bieten hat. Das ist eine ganze Menge, mehr als 10.000 Ergebnisse. Das ist ganz klar, dass man da sortieren muss. Und weil wir ja auf der Suche nach OER sind, mache ich jetzt den ersten Suchfilter an. Den seht ihr hier oben rechts. Es gibt einen Regler. Der ist standardmäßig auf alle Lizenzen eingestellt. Ich kann mir aber auch nur Inhalte anzeigen lassen, die OER sind. Und jetzt schrumpft das schon ein wenig. Noch nicht hinreichend. Ihr seht immer noch mehr als 10.000 Ergebnisse. Erkennbar habt ihr das alles an dem kleinen Button, Open Educational Resources, der erscheint. Und hier oben erscheinen sogar die Empfehlungen der Redaktion. Je nachdem, welchen Fachbereich ihr dann auch auswählen möchtet, empfehlen sich selbstverständlich weitere Filter. Ihr könnt nach Fachgebieten selbstverständlich filtern. Ein Fach auswählen, ein Bildungsumfeld, also Sekundarstufe 1 oder 2, bis hin zum Elementarbereich. Oder auch eine Medienart. Wenn ihr sagt, ich möchte nur Videos zum Fach Politik, seht ihr, werden es schon weniger. Da haben wir 28 Ergebnisse, eine Empfehlung sogar der Redaktion und der Rest ist alles OER. Ihr könntet diese Suchergebnisse natürlich noch weiter einschränken. Das empfehle ich euch aber einfach, selbst mal auszuprobieren und ein bisschen zu stöbern, was es alles Tolles gibt in dieser Datenbank. Ich gehe aber weiter zu unserem nächsten Beispiel und möchte euch kurz in die Form von Mundo einführen. Mundo ist eine offene Bildungsmediathek der Länder. Während, also wir lernen online, viel durch den Vorschlagsmodus auch mitgestaltet wird, durchforstet Mundo in erster Linie Medien, die auf den einzelnen Ländern bereits verfügbar und für die Lehrkräfte einsetzbar sind. Auch dieses Projekt wächst stetig weiter, hat ähnliche Suchfunktionen wie die bereits gezeigten Portale. Auch hier möchte ich ganz kurz euch einige Funktionalitäten zeigen. Wir können nach Schulfächern filtern. Es gibt eine kleine Rubrik Empfehlungen, die stetig aktualisiert wird. Und es gibt natürlich den Suchschlitz. Ich teste mal ganz kurz etwas aus, um euch zu zeigen, wie auch dort die Materialien strukturiert sind. Und zwar möchte ich mich über das Thema programmieren. Hoppla, ein R vergessen. Informieren und mal sehen, welche Materialien es hierzu gibt. Also ihr seht, ich kriege 153 Treffer. Ich könnte jetzt Filter anwenden, ähnlich wie wir das schon gesehen haben. Also entweder konkret nach Video, Audio oder Arbeitsblättern und so weiter recherchieren und auch die einzelnen Schulstufen einstellen. Das mache ich jetzt aber nicht. Ich möchte euch nur ganz kurz exemplarisch zeigen, wie Mundo auch aufgebaut ist und schnappe mir gleich den ersten Treffer, ein Arbeitsblatt zum Thema erstes Schritte mit Scratch. Also das ist ein kleines Tutorial über eine Programmiersprache. Und hier seht ihr aufgelistet die Schulfächer, für das das Blatt eingesetzt werden kann, Schlagworte und auch die Nutzungsrechte. In diesem Fall haben wir eine Creative Commons Lizenz, nämlich die CC BY NCSA. Also hier in diesem Fall leider der Zusatz, dass es für nicht kommerzielle Zwecke nur erlaubt ist. Die Verwendung im normalen Unterricht kein Thema, aber wie gesagt, unter Umständen kann das Probleme verursachen. Und noch eine schöne Besonderheit, dieses Arbeitsblatt gehört zu einem Modul, zu einer Sammlung, die mehr bereithält. Und zwar sieben weitere Arbeitsblätter beziehungsweise Unterrichtsbausteine zum Thema Programmieren. Genau, so könnt ihr eigentlich euch Schulfach für Schulfach durchsuchen und auch mit Schlagwörtern arbeiten, nach Fächern, nach Schulstufen suchen und so weiter. Damit bin ich jetzt auch schon am Ende mit meinem kleinen Ausflug in die große Welt der OER-Portale. Ich kann euch nur einladen, euch selbst ein bisschen schlau zu machen. Es gibt unwahrscheinlich viele Materialien, die euch zur Verfügung stehen, die ihr nicht nur verwenden könnt, sondern auch bearbeiten, verändern, weitergeben. Und das ist eine tolle Sache, von der man Gebrauch machen sollte. Alle Portale sind im Aufbau begriffen und wie gesagt, werden stetig erweitert. Und ihr seid alle herzlich eingeladen, da aktiv mitzumachen, wo es möglich ist und ansonsten euch auch fleißig zu bedienen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017